Ich habe sie seit meiner Kindheit erwartet, wenn ich auch gestehen muss, dass ich sie mir größer vorgestellt habe, breiter, bedeutender. Nummer 1. Du sollst im Badezimmer das Licht nicht brennen lassen. Nummer 2. Du sollst die Fensterläden nicht offen stehen lassen. Nummer 3. Du sollst nicht bei geöffneten Portieren schlafen. Nummer 2. Du sollst unter dem Bett nachsehen, auf dass du lange schlafest in dem Land, dass der Herr, dein Gott, dir geben wird. Wie sind Sie ins Haus gekommen? Ich? Ich komme niemals anders als durch die Haustüre. Niemals. Nummer 5. Du sollst das Zimmer nicht unverriegelt lassen. Ja, ich habe ihn nicht unverriegt. Vielen Dank.